Hallo und herzlich willkommen zum 10. Spieltag meiner Europa-Liga. Und in der aktuellen EM sind tatsächlich heute schon die 8. Finalpartie. Und davon haben wir wirklich zwei genau so dabei heute. Aber wir haben zum einen erstmal Polen gegen Spanien. Dann Finnland gegen Russland. Beide sind ja schon ausgeschieden in New Life. Dann dieses Spiel findet heute Abend genauso statt um 21 Uhr. Italien gegen Österreich treffen genauso aufeinander. So auch hier. Das ist aber glaube ich auch nur Zufall gewesen. Dann haben wir England gegen die Niederlande. Auch das ist ein Hammerspiel. Dann Ukraine gegen Späden. Auch das ist eine Achtelfinalbegegnung tatsächlich. Aber da trifft Späden auf die Ukraine. Aber ist eigentlich das Gleiche. Dann haben wir Dänemark gegen Frankreich. Was ich dazu noch sagen wollte, die Farben der Flocken passen wirklich gut zusammen. Nämlich Gelb und Blau. Da haben wir nämlich hier auch noch so ein Duell, wo die Flocken so gut zusammenpassen. Nämlich Belgien gegen Deutschland. Nachbarschaftsduell. Dann die Schweiz gegen Portugal. Beide auch im Achtelfinale dabei in New Life. Dann haben wir Nordmazedonien gegen Kroatien. Nachbarschaftsduell Nummer zwei. Tschechien gegen die Slowakei. Dann haben wir Wales gegen Ungarn. Und Wales ist tatsächlich ins Achtelfinale gekommen. Das ist tatsächlich auch schon so ein bisschen marschend. Und für die beiden war Endstation in der Gruppenphase. Schottland und die Türkei. Genau das auf jeden Fall unsere Partien. Und ihr kennt das ganze Spiel. Wir spielen ja erst mal die erste Halbzeit mit drei Päckchen und dann die zweite Hälfte. Genau. Und somit würde ich sagen, starten wir in diese Konferenz. Wir beginnen mit der frühen 2-0-Führung für Polen. Kamil Klick und Thomas Ketsioha-Evers mit einem Tor. Somit 2-0 für Polen. Ja, jetzt gegen Spanien. Dann der Doppelschlag für Deutschland. Früheres Tor-Erlebnis durch Emre Can und Julian Traxler. Ja, Traxler gar nicht dabei. Es wird übrigens auch keine Update-Sticker geben zu dieser Serie. Nur die deutschen Spieler werden geupdatet. Aber das sind so viele, dass gar nicht alle Platz haben. Ist egal, wenn man sagt. Finde ich nicht so gut von Panini, dass wir nicht die Update-Sticker für die anderen Teams auch haben. Deshalb werde ich mir das auch nicht holen. Auf jeden Fall Deutschland für 2-0 gegen Belgien. Und die Belgier weiterhin auf dem letzten Platz hier in dieser Liga. Da läuft es einfach überhaupt nicht. Dann haben wir nochmal einen von Polen. Nämlich das ist der Torwart Wojcik, Czesny. Der ist aber Torwart und trifft somit nicht. Stattdessen der Gegenschlag für Spanien. Pau Torhez mit dem Anschluss-Treffer 1-2. Also statt 3-0 jetzt 2-1. Ist aber wie gesagt noch überall alles drin. Dann haben wir noch Markus Welschwort für England. Der macht das 1-0 im Spiel gegen die Niederlande und ist rasch wieder fort. Das ist so ein kleiner Wortwitz hier. Das kann man auch mit mehreren Spielern tatsächlich machen. Wir haben hier den nächsten Doppelpack für Polen. Matosch-Klich und Gregor Kryczowiak machen weiter mit den Toren. Und somit 4-1 schon für Polen gegen Spanien. Es ist gerade mal eine halbe Stunde fast gespielt. Dann haben wir die Führung für Finnland. Doppelschark. Das ist das Logo von Finnland. Zählt natürlich auch. 2-0 also gegen Russland. Diese Partie gab es ja in der Vorrunde schon. Und da hat Russland am Ende mit 1-0 gewonnen. Und das ist auch Wahnsinn, was Finnland hier macht. 4-0 für Finnland. Glenn Kamara und Robin Loth treffen auch noch. Also das innerhalb der kürzesten Zeit fallen hier einfach 4 Tore für Finnland. Und das dürfte auch schon die Entscheidung sein. Aber wie gesagt, es kann sehr schnell sehr viel passieren. Hat man jetzt gesehen bei Polen und bei Finnland. Die können beide ganz schnell 4 Tore schießen. Dann haben wir auf jeden Fall den Ausgleich für die Niederlande. Wine Bubble im Spiel gegen England. 1-1 steht es hier auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt das 1-0 für Tschechien durch Jan Boril gegen die Slowakei, die ja auch in unserer Liga etwas weiter unten mitspielt. Jetzt haben wir den nächsten Doppelpack, nämlich dieses Mal für die Ukraine. Viktor Zygankov und Oleksandr Zinchenko mit jeweils einem Tor. Somit führt die Ukraine jetzt mit 2-0 gegen Schweden. Dann haben wir ebenfalls jetzt den Doppelschlag für Wales. Erwin Wemsey und Harry Wilson somit 2-0 für Wales gegen den aktuellen Tabellenführer aus Ungarn. Dann haben wir jetzt das 1-0 für die Schweiz. Das ist auf jeden Fall hier das Jubelbild. Und was mir da auffällt, warum sind die Nachnamen auf den Trikots kleingeschrieben? Das ist durchaus seltsam, aber wenn ihr das wisst, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Auf jeden Fall für die Schweiz 1-0 gegen Portugal. Dann der Anschlusstreffer für Dalla Kuziaev für Russland natürlich. 1-4 gegen Finnland. Auch hier steht es 4-1 tatsächlich. 2-4 Einspiele aktuell. Und dann haben wir noch, kurz vor der Halbzeitpause, noch das Tor für Deutschland. 45 Minuten Timo Werner mit dem 3-0. Ich verstehe es nicht, warum man in Real Life bei Deutschland auf Timo Werner in der Startelf verzichtet. Also ich finde, man braucht einen Stürmer. Das hat man gesehen gegen Ungarn, aber auch gegen Frankreich zum Beispiel. Da hat einfach wirklich so ein Stoßstürmer gefehlt. Somit Belgien schon total unter Zugzwang. Die liegen 3-0 hinten und wir haben tatsächlich 4 Spiele aktuell, wo noch keine Tore gefallen sind. Aber das kann sich an der zweiten Hälfte noch ändern. Die zweite Halbzeit startet perfekt aus österreichischer Sicht. 2-0 für Österreich. Das ist auf jeden Fall das Logo. 2-0 gegen Italien, somit vorne. Dann haben wir einen Doppelschlag für Nordmazedonien. Elia Nestrovski und Gohan Pandev mit jeweils einem Tor. Und Gohan Pandev ist tatsächlich der erste Spieler, der das erste Tor für Nordmazedonien geschossen hat bei einem großen Turnier. Nordmazedonien war zum ersten Mal dabei gewesen und Pandev war der erste Torschütze. Ein Legendenspieler auf jeden Fall, der ja seine Karriere jetzt beenden wird in der Nationalmannschaft. Dann den Ausgleich haben wir jetzt für Portugal. Auch hier das Jubelbild. Das gibt es tatsächlich auch nicht oft, dass wir zwei Tore haben und beides ist das Jubelbild. Schweiz gegen Portugal 1-1 auf dem neuen Spielstand. Ja, es fällt tatsächlich das fünfte Tor für Finnland. 5-1. Nikolai Alho macht das halbe Dutzend schon mal voll im Spiel gegen Russland. Und dann dreht tatsächlich Portugal das Spiel. Josef Fonte mit dem 2-1 für Portugal gegen die Schweiz. Und somit gehen wir auch schon rein in die Schlusskonferenz. Und wir haben hier das nächste Logo am Start. Also so viele Logos hatten wir glaube ich noch nie in einer Folge 3 jetzt schon. Die Niederlande geht auf jeden Fall jetzt in Führung gegen England 3-1. Also hier der neue Spielstand. Und ja, England war tatsächlich 1-0 vorne. Dann haben wir das sechste Tor. Es ist Wahnsinn, was mit Finnland heute los ist. Wir haben Lukas Sadecki, aber der macht ja kein Tor. Aber Juka Reithaler, der macht noch das 6-1. Und schon langsam haben wir hier wirklich die Sticker nicht mehr Platz, weil wir hier so viele schon haben. 6-1 für Finnland gegen Russland. Das Spiel ist auf jeden Fall schon längst durch. Dann haben wir jetzt das 3-0 für Wales. Auch das dürfte die Entscheidung sein. Ethan Empedou mit dem Tor. Und jetzt fällt auch das 3-0 für Nordmazedonien durch. Visa Muslio, der macht gegen Kroatien das 3-0. Und dann haben wir noch den Anschlusstreffer für Schweden. Da könnte es jetzt wieder spannend werden. Gustav Svensson zum 1-2 gegen die Ukraine. Und somit haben wir noch 1-2 Gepäckchen. Und ja, wir haben hier noch nichts gesehen. Bei Dänemark gegen Frankreich. Und auch noch nicht bei Schottland gegen die Türkei. Ich hoffe, da fallen auf jeden Fall noch Tore. Wir haben jetzt aber erstmal den Ausgleich für Schweden tatsächlich. Markus Berg zum 2-2 gegen die Ukraine. Dann haben wir jetzt den Doppelschlag für Dänemark. Georgi Mehle und Thomas Delanyi, die treffen jetzt gegen Frankreich. 2-0 die Führung jetzt. Ebenfalls das 2-0 jetzt für die Tschechische Republik. Tschechien macht aber das 2-0 gegen die Slowakei. Und dann macht ausgerechnet Christian Erhex noch das 3-0 für Dänemark. Ja, der ja auf dem Blatt zusammengebrochen ist. Wir alle haben wirklich diese schlimmen Bilder im Fernsehen gesehen. Wenigstens geht es ihm tatsächlich jetzt wieder besser. Aber er wird jetzt erstmal natürlich nicht Fußball spielen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt wieder jemals auf dem Blatt stehen wird für die Dänischen Erzermannschaft. Aber hier macht er auf jeden Fall das 3-0 gegen Frankreich. Und dann haben wir noch den Matchwinner im Spiel. Schottland gegen die Türkei. Und da macht Enes Ünal noch das 1-0. Und das in der 90. Minute plus X natürlich. 1-0 gewinnt die Türkei am Ende noch gegen Schottland. Und somit gibt es jetzt noch die ganzen Ergebnisse. Hier sind jetzt nochmal die Ergebnisse in der Übersicht. Polen gewinnt 4-1 gegen Spanien. Aber das war schon in der ersten Hälfte klar. Finnland feiert einen sehr hohen Kantersieg gegen Russland. 6-1 hieß es am Ende. Österreich gewinnt 2-0 gegen Italien. Mal schauen, ob das heute Abend auch so passieren wird. Oder ob doch Italien der Favorit ins Viertelfinal einziehen wird. Dann haben wir die Niederlande. Die gewinnen 3-1 gegen England. Dann Ukraine, Schweden ein 2-2. Da hat die Ukraine aber schon 2-0 geführt. Dänemark gewinnt 3-0. Und das in der Schlussphase gegen Frankreich. Deutschland gewinnt in der ersten Hälfte 3-0 gegen Belgien. Die weiteren auf dem letzten Platz bleiben. Dann haben wir Portugal. Die gewinnt 2-1 nach Rückstand gegen die Schweiz. Nordmazedonien schlägt Kroatien mit 3-0. Tschechien gewinnt gegen die Slowakei mit 2-0. Wales schlägt den aktuellen Tabellenführer Ungarn mit 3-0. Und die Türkei gewinnt durch ein Tor in der 90. Minute oder in der Nachspielzeit noch gegen Schottland. Das sind die Ergebnisse. Und somit schauen wir jetzt auf die Tabelle. Nach dem 10-Spieler ist Ungarn weiterhin auf Platz 1. Aber der Vorsprung hat sich deutlich verhängt. Nur noch einen Punkt sind sie vor der Niederlande. Die jetzt hinter Ungarn sind, die haben 21 Punkte. Dann die Türkei hat 20 Punkte jetzt. Die liegen auf Platz 3. Dann dahinter Dänemark und Schottland mit jeweils 18 Punkten. Wales hat 17 Punkte. Dann haben wir Tschechien und Polen mit 16 Punkten. Schweden hat 15. Dann im Mittelfeld Portugal, Österreich und Nordmazedonien mit jeweils 14 Zählern auf dem Konto. Dann haben wir Italien, Frankreich, Spanien und die Schweiz mit 13 Punkten. 12 Punkte haben aktuell Russland, Deutschland und Kroatien. Wobei Russland und Kroatien noch nie unentschieden gespielt haben. Nach 10 Spielen muss man auch erstmal so mitbekommen. Und dann natürlich die Unterhaltszone. Da haben wir die Ukraine mit 11 Punkten. Finnland mit 10 Punkten. England 9 Punkte. Slowakei 8 Punkte. Und Belgien weiterhin auf dem letzten Platz mit 5 Punkten. Das ist auf jeden Fall die aktuelle Tabelle. Den schlechtersten Angriff hat Deutschland mit nur 7 Toren. Die schlechterste Abwehr hingegen hat die Slowakei und Belgien. Den besten Angriff hat aktuell die Niederlande mit 20 Toren. Die beste Abwehr hat Schottland und Italien mit 8 Gegentoren. Das jetzt mal zur Statistik. Und somit sehen wir uns dann beim nächsten Spieltag wieder. Bis dann und ciao.